Ich kenne das was Sinn aus mit der letzten Runde. Es kommt dann immer die Map. Nee, Tra Borko, du kannst gehen. Oder zumindest in der zweiten Runde dann sagen. Genau. Oder so im Finale. So beiläufig. Ach übrigens, wenn das im Finale gehe ich raus. Kip, der Hammer ist nicht da. Lass ihn denken. Bitte, 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 bitte. Ja. Nein. Och, weil er mich nicht richtig erwischt hatte. Es sind einfach gefühlt 50 Leute bei mir die ganze Zeit. Fand denen 2 Millionen. Oh, Zombie. Dann kann ich meine Tabletten ja auch schon nehmen, ne? War mit der Uhrzeit aber auf Oxanderfleisch geht. Nee, das ist auch wegen der Uhrzeit. Ich hatte nämlich gerade dann auf die Uhr geguckt. Er lag wie so ein Zombie da über die ganze Zeit. Ja, mit Hände. Guck mal, da ist ein Knickel. Weil ich werde die ja schon nächste Woche Samstag nicht nehmen. Ja, frag es dich. Je nachdem. Nein, nicht mehr, je nachdem. Silvester habe ich sie auch noch genommen, weil ich gemerkt habe, dass sie Schmerzen hat. Okay, ich nehme meine PS4 mit. Dann kann ich schon mal. Die PS sind jetzt mit zu werfen. Zum Verletzten. Steffen hat Angst, dass sie da noch nicht mehr da ist. Scheiße, wo haben denn die PS4? Ich habe die ganze Zeit am Fernseher gestanden. Jetzt ist sie weg. Ja. Ja, ich schicke das bei Post, ruck mal nicht so schön. Ich fahre ja Sonntag lang heimlich irgendwo nach Hause. Ja, deswegen. Ach, ich habe hier irgendwo gepackt, stimmt. Aber ja, ich bin die ganze Zeit gewohnt gewesen, die PS4 hinzupacke. Ich schicke da so hoch, wenn ich das Geld aufhören. Wenn ich dran denke. Nicht. Mann. Ich bin falsch. Schiff. Hä? Hä? Jetzt sage mal, also irgendwo stimmchen nicht. Oh, ich bin drinne! Ja, links war das. von denen ja ja mit der Schöne der Warturs die Kesslinge in der Wanderfahrt durch das muss jetzt nicht verstehen ich wollte gerade sagen das kann man bekannt wurde wie lange geht es denn Macht mich immer drachen, dass sie fertig ist. Übrigens auch mal. Ich will auch machen. Ich muss gucken. Willst du dir in den Wecker stellen? Nee. Achso. Ich will wandern. Dann muss ich am Dienstagabend das noch mal PS4 aufladen. Weil da ist wieder... Wäre gut. Ja. Bei mir dauert das nämlich so 6 Stunden. Ja, ich kann es am Freitag runterladen da und kann am Sonntag spielen. Ja, dann ist es Sonntag immer noch nicht drauf. Boah. Okay, Smackdown ist jetzt drin. Kann ich hier noch gucken. Also wir sind nicht hier bei COD, ne? Boah. Das dauert noch. Also... Das dauert mal 50 Stunden. Ja, 52 Stunden, aber ich habe ja auch zwischendurch mal Pause gemacht. Damit ich beim Zocken normal zocken konnte. Aber trotzdem... Arme Schatz. Keine Zigarette. Kein Foto. Ja, ich will das... Nur auf dem Bildschirm gucken bitte. Handy weglegen, alles. Hab ich gerade. Ja. Konzentration. Deine Hände haben nur was am Kontrollen zu suchen. Mews war anders. Ja, das... Jetzt... Das was du darfst, ist atmen. Okay, ja, das. Aber da war schon cool. Ja. Aber nur einmal in einer Minute, ne? Ja. Dieser scheiß Vogelfest. Oh, das sind halt nur mehrere von denen. Oh. Boah. Der greift die Hand zu zweit. Ja, welcher von den Vögeln? Was für ein Vogel, Alter. Hier laufen vier Leute rum, die schwarz sind. Aber der Grüne mit dem Kapitänshütchen auch. Schade. Boah, so spät bin ich hier noch nie los. Ja. Spaß auf. Ich geh rechts. Ich geh links. Ist jemand hinter uns? Weiß ich nicht. Und da mach ich mich komplett auf. Ja, der ist ja weg, der war direkt hinter mir. Ja, der ist ja weg, der war direkt hinter mir. Ja, ich wollte auch versuchen, aber ich bin so weit hin. Alle durch, jawoll, guck mal, wer da so dumm steht, dieser Vogel. Tschüss. Wieso sind sie raus, ey? Ich hoffe, die sind raus. Ja, da haben wir glaube ich auch vier, fünf Stück drin. Da sind nur noch einer. So, das ganze Team ist schon mal weg. Ja. Sehr spitze Finale. Ach, Schatz. Storzberg. Das wünschst du dir schon zu lange. Storzberg funktioniert. Rebekka, kannst du das nicht irgendwie abbeziehen oder so? Was jetzt genau? Ja, dass er sich die Map wünscht. Ja, was soll ich sagen? Ja. Es ist besser als Hexenwerk. Und Pinguin. Ja. Da gibt es keine Widerworte. Ja, deswegen. Und wir haben auch noch den einen Vollpfosten bei uns. Och. Nächster. Jawoll. Jawoll. Ich habe schon so vorgespielt, ja. Nee. Ach nee. Ach nee. Jawoll, weg geht das Scheiße hier. Weil er so komisch geflogen ist. Sag ich, ja, komisch geflogen, ich habe ihn direkt reingeschossen. Also sie sind dann bis echt perfekt getroffen. Weil ich glaube, ein paar Gelbe wissen nicht, wie man das macht. Und. In der Postetor. Ja, und haut ihn selbst rein. Die wollen greifen. Ach, dann. Ja. Ja, haut ihn selbst rein. Wo kann es sein? Was macht denn der da? Ach, schade. Das ist, weil er nie Sturzball war, das wäre er gewinne mehr. Ja. Wir wollen doch nie Basketball. Und es kommt trotzdem hier, nee, im Volleyball. Ich schau vor, das kommt jetzt im Finale. Oder Picksal, meine. Basketball kam ja schon lange nicht mehr, ne? Na, Gott sei Dank. Ich glaube, es hat die Wurmlecher Picksal, sind sie in mir gekommen. Und ich sah es noch. Okay, ich hasse dich. Ich glaube, ich nehme an, ich habe schon zwei Videos, wo du das gesagt hast. Ich habe Beweise. Wir sind ein freies Land, ne? Ja. Okay, guck mal, ich schiehe dazu, ich sage es dir ins Gesicht. Gar nicht, du sagst es durch die Leitung. Aber in deiner Gegendwart, ne? Das ist... So. Oh, jetzt mache ich alles kaputt hier. Ja. Oh, jetzt mache ich alles kaputt hier. Oh. Nee. Nee, weiter nach unten. Und nach... Ja. Yeah! Ja. Quote bleibt bestehen. Ja. Aber wie im Korin, nee, weiter unten. Ja.